im namen des vaters und des sohnes und des heiligen geistes du wählst zur mutter vom karmel vierter tag maria unsere geistliche mutter und lehrmeisterin selige jungfrau maria du hast den herrn geboren selige mutter der kirche du hegst in uns den geist deines sohnes gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebeneid unter dem weibern und gebeneid ist die frucht deines leibes jesus heilige maria mutter gottes bitte für uns arme sünder überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deiner liebes flamme jetzt und in der stunde unseres todes gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebeneid unter dem weibern und gebeneid ist die frucht deines leibes jesus heilige maria mutter gottes bitte für uns arme sünder überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deiner liebes flamme jetzt und in der stunde unseres absterbens am gegrüßet seist du maria voll der gnade der herr ist mit dir du bist gebeneid unter dem weibern und gebeneid ist die frucht deines leibes jesus heilige maria mutter gottes bitte für uns arme sünder überflute die ganze menschheit mit dem gnaden wirken deiner liebes flamme jetzt und in der stunde unseres absterbens amen maria du mutter und königin des karme bitte für uns fünf minuten stille in den anliegen der herren absterbens amen Vielen Dank. 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 Und war ihr Gehose. Bis wir geleitet von der jungfräulichen Mutter voll Freude in dein Haus eintreten dürfen. Amen. Amen. Und bitten wir uns, zu dir, Amen. 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 Amen.